Ja, das ist mal wieder einer der seltenen Fische, die man gar nicht so leicht bekommt. Aber hier soll es gerade wieder laufen. Eine Stelle, die eigentlich auch zu den klassischen Spots an der Sura gehört. Ja, also das hier ist eine Stelle, die für die Sura erstaunlich gut immer wieder funktioniert. Und zwar tatsächlich auch auf ganz verschiedene Köder kann man hier rangehen und auf verschiedene Fische kann man hier rangehen. Hier gehen immer mal wieder Marmorkarpfen, hier gehen aber auch sowas wie Nasen, hier gehen Schuppenkarpfen durchaus mal und auch Silberkarpfen. Gerade eben. Und Giebel. Verdammten Giebel. Wo läuft Giebel eigentlich nicht, wenn der olle Giebel gerade im Wasser ist? Also, Giebel ballert halt auch immer wieder mit rein. Ja, aber eben, wie gesagt, auch Silberkarpfen. Mit der ganz klassischen Kombination und der Futtermische für den Silberkarpfen, die man eigentlich immer verwendet und die auch immer wieder hier an der Sura funktioniert. Übrigens, ich verlinke auch nochmal das alte Video zum Silberkarpfen. Das ist die Stelle direkt vorne in der City, beziehungsweise am Anleger, die auch an für sich immer wieder funktioniert. Da auf jeden Fall auch mal gucken, wenn du den Silberkarpfen noch suchst. Jetzt hier an der Stelle ist eine Möglichkeit, aber es gibt auch noch an der gleichen oder an der ähnlichen Stelle, wo wir jetzt hier sind, nochmal zwei andere Möglichkeiten, das Ganze zu bewerfen. Das ist jetzt hier der erste Test und ich zeige jetzt gleich auch nochmal zwei weitere Stellen, wenn wir schon mal hier an dieser Position sind. Und es ist ein bisschen weiter unten, wir sehen hier drüben, das hier ist die Insel. Die Insel an der Sura, genau, die zieht sich hier einmal lang, das heißt auf einem Map, wir sind hier unten in der Area. Also hier an oder hier ist diese Schilfkante und es gibt eben hier verschiedene Möglichkeiten ranzugehen und das zeige ich jetzt gerade. Vom Setup her ruhig groß reingehen. Ich würde hier nicht zwingend mit einem kleinen oder einer Mittelklasse Karpfen-Setup mich hinstellen, denn die Fische können schon mal richtig reinballern. Marmorkarpfen, aber auch Silberkarpfen können schon mal richtig gut Gas geben, gerade wenn sie natürlich groß sind. Wenn das jetzt hier so bleibt und es gehen so die mittelprächtigen rein, ist es ganz nett. Und dann nimmt man natürlich mal hier so einen Silberkarpfen einfach mit und das ist auch so gar nicht verkehrt. Ist ja ein ganz schicker Fisch, ganz nice gemacht, das Ding. Also den nimmt man natürlich gerne mit, aber wie gesagt, wenn da große Brocken reingehen, wird das Ganze schon tricky. Ja, die andere Position zeige ich jetzt gleich am besten direkt nochmal, bevor es hier gleich dunkel wird. Ich glaube, ich baue gleich einfach nochmal um. Hier das Ganze, frequenzmäßig ist das natürlich wieder nichts. Bei selteneren Fischen muss man natürlich immer ein bisschen hoffen, dass da ein bisschen was reingeht. Hier an der Stelle übrigens gerade 15 Meter weit geklippt. Ich glaube, ich werfe einfach gleich nochmal eben aus. Also 15 Meter weit der Clip. Das PVA mache ich aber mal eben runter. So, also einfach so da vorne hin. Zack, genau so. Und dann vor diese Schilfkante. Also wir sehen hier quasi das Schilf, was hier so rauskommt. Und wenn wir uns so davor platzieren mit den Ködern, ist das schon eine ganz gute Position. Oder man wirft einfach da vorne diesen Baum einfach so grob an, dass man da in der Reflexion vom Baum ungefähr landet. Dann passt das. Und wie gesagt, auch hier mit verschiedensten Ködern reingehen. Wenn dein Setup noch nicht so ganz groß ist, muss man hier auch nicht mit Boilies reingehen. Du kannst hier auch mit dem Tauwurm dich hinstellen, mit der Kartoffel, mit dem Kohlblatt, mit der Alge. Also ganz verschiedene Köder, die man hier testen kann und die eben auch hier an der Stelle immer wieder liefern. Wie gesagt, nicht immer nur die Silberkarpfen. Die Stelle funktioniert immer wieder, immer wieder, auch Wochen später vielleicht noch immer mal wieder mit anderen Fischen. Wenn man an der Sucher ist, auf jeden Fall immer mal wieder auch hier diesen Spot testen. Ja, die andere Möglichkeit ist dann, die gleiche Stelle von der anderen Seite anzuwerfen. Tatsächlich, also auch das wird immer mal wieder gemacht. Hier würde ich sagen, vielleicht jetzt eher so auf ungefähr 20 Meter dann da vorne hingeworfen. Also auch das funktioniert. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter raus. Auf 20 Meter und auch dann hier an die Spitze. So. Und wenn wir dann hier sind, können wir auch quasi direkt die dritte Möglichkeit auch noch zeigen. Und die werde ich gleich auch noch mal ein bisschen länger testen. Denn auch das ist eine Möglichkeit, die dann speziell vielleicht eher für Marmorkarpfen und Silberkarpfen noch mal ein bisschen besser funktioniert und weniger Beifänge hat. Also, das jetzt hier ist erstmal deine Entscheidung. Wirfst du quasi von oben runter die 15 Meter da vorne hin oder von hier aus an die Spitze. Da wirft man dann quasi hier in die Reflektion von dem großen Baum oder so knapp daneben. Dann ist man da auch schon ganz gut hier ungefähr jetzt, wo das Auge ist in die Area. Da passt das schon ganz gut. Also da vorne hin auf 20 Meter. Ja, die andere Möglichkeit ist dann von hier aus und das werde ich gleich noch ein bisschen länger testen. Vielleicht auch bis in die Abendstunden rein und dann gleich mal gucken, ob da noch was geht. Das ist dann von hier aus da vorne zur Spitze sozusagen. Also man wirft hier oder diesen kleinen Busch, da wirft man dann hin. Ist auch quasi schon eine altbekannte Position. Jetzt gucke ich gerade noch mal auf der Map. War das richtig? Ja, das passt so ungefähr. Genau. Oder man kann das glaube ich auch... Guck, da ist schon der erste Biss. Sehr gut. Von hier aus war das glaube ich genau. Man will ungefähr hier so in dieser Area landen. Wir können es auch versuchen, dass man sich dann vielleicht hierhin stellt. Passt das vielleicht eher? Ja, passt auch. Also hier so und dann so auf circa 21 bis 25 Meter. 25 Meter hat man schon fast die Kante erreicht. Wobei, ja doch, könnte passen. 25 Meter ungefähr. Das sollte passen hier dann hin. Das machen wir auch gleich noch. Jawohl, hier bimmelt es auch schon direkt los. Die Stelle war ja auch schon angefüttert. So soll das sein. Und dementsprechend geht es eben hier auch direkt los. Marmor. Marmorkarpfen, ja. Die beiden häufig zusammen, weil eben die Köder in beiden Fällen ganz gut passen. Ja, wir gucken uns die Köder direkt mal eben an. Und ich stelle mich dann hier jetzt schon mal an die Stelle. Denn das ist ja jetzt hier quasi dann nochmal die nächste Position. Also Setup richtig schön groß aufgebaut. 36 Kilo hier das Ganze. Ich habe einen 1-0er-Haken genommen. Wenn du sagst, alles klar, der Spot läuft. Und du hast eine Frequenz. Zack. 3-0er-Haken drauf. 4-0er-Haken drauf. Denn dann geht es auf die richtig dicken Brocken. Klar, Frequenz geht in den Keller. Aber die Brocken kommen. Wichtig auch da, ja, es gibt größere Boilie-Kombinationen. Aber wie auch in dem ersten Video, was ich schon verlinkt habe, auch da klappt das selbst für die Trophy mit dieser kleinen Boilie-Kombination besser als mit den großen Boilies. Warum auch immer, die Fische reagieren hervorragend auf diese kleinen Boilies. Von daher reingehen mit den kleinen Boilies. 36 Kilo ist das gesamte Setup. Das passt soweit. Gerne ein Blei verwenden, was ein bisschen bessere Haftung hat am Untergrund. Die Sura hat eine ziemlich harte Strömung. Ja, so ist das Setup. PVA gucken wir uns natürlich auch jetzt gleich noch an. Da haben wir das Ganze hier mit Silber, Silber, Silberkarpfen Sura. Hier ist es. Genau. Ich bleibe mal auf den 25 Meter und werfe jetzt da vorne diesen kleinen Busch an. Passt das? Ja, passt ziemlich genau. So, kurz nochmal zumachen. Und dann trage ich jetzt hier. Und da ist sogar noch was dran. Na, hat sich gerade den Köder noch angeguckt. Und darf sofort mit raus. Natürlich wieder ein Giebel. Gibt es was Schöneres als Giebel. Wenn selbst die Giebel Trophy auf Gras und Frühlingskräuter beißt. Also dann weiß ich aber auch nicht, was mit dem Giebel los ist, oder? Giebel ohne Ende. So, Silberkarpfen. Silberkarpfen an der Sura. Ist das gleich hier? Ja, das ist auch noch alles gleich. Genau. So, dann raus damit hier. Auch für den Anfang erstmal nur die 1.0er Haken. 25 Meter weit raus jetzt hier an der Stelle. Die Stelle ist jetzt, wie gesagt, noch nicht angefüttert. Man sieht aber trotzdem schon, dass die Schnur und alles, die Strömung ist halt so heftig. Das treibt so schnell rüber. Und das heißt, wir landen relativ schnell auch hier oben in dieser Ecke. Und das ist eigentlich ganz gut. Da können wir dann schön landen. Och, da ist auch was drauf. Und dann sind wir da in unserer gut angefütterten Nische unten. Na, guck. Viele Giebel hier. Schnell weg. Vielleicht haben wir hier weniger Beifänge. Das wäre doch ganz praktisch. Also, hier wieder raus. 25 Meter. Zack. Locker ausgeworfen. Wir kommen da, glaube ich, ganz gut rein. In die Rinne. Man sieht das auch immer, wie steil die Schnur halt so nach unten geht. Ja, und dann heißt es jetzt eben hier an der Stelle weiter durchziehen und hoffen und gucken, was passiert. Eine oder zwei weitere Möglichkeiten. Wie gesagt, die beste Möglichkeit, würde ich sagen, nach wie vor der Spot, den ich gerade am Anfang schon verlinkt hatte. Also, das ist auch die Stelle, wo ich meine Trophy gezogen habe. Da ging allerdings auch zuletzt immer mal wieder vermehrt die Marmorkarpfen. Also, Fokus Marmorkarpfen. Aber wie gesagt, wenn man hier mit der Futtermische und mit den Ködern das richtig zusammenstellt, dann sollte man eben auch ganz erfolgreich mit Silberkarpfen sein. Futter mische wie folgt, Leinsamen als Basis. Dann haben wir Crushed Boily Frühlingskräuter. Magischer Hanf. Der gibt den Kick. Das ist richtig gut. Und dann haben wir hier Graskuchen, Graskuchen und frisch gemähter Rasen. Also, Gras, 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 Gras. Komplett. Ein bisschen Magic Weed. Und dann Frühlingskräuter. Crushed Boily. Nur die kleinen reichen völlig. Und raus damit. Ja, so sieht das aus. Ordentlich Futter mische jetzt rein. Ich werde jetzt erstmal gucken, was jetzt hier an der Stelle geht. Noch ein bisschen weiter rumprobieren und testen. Und sollte jetzt hier zu wenig passieren, gehe ich einfach wieder zurück da vorne an den ersten Spot. Ist ja alles in Laufreichweite. So viel dazu. Ab an die Sucher. Wenn dir der Silberkarpfen noch fehlt, rausziehen das Ding. Toi, 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 dass für dich dann die Trophy reingeht. Irgendwann wird sie schon reingeballern. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.